So, weiter geht's hier mit Minecraft-Servers. Wir haben ja jetzt Canyon durch, haben Hypixel durch, Jungle Rush, dann müssen wir noch Olympus. Da kann man rein schnell. So, müsste eigentlich jetzt... Nein, ich bin der Einzige hier dran. Fuck! Fuck, fuck, fuck! Jetzt müssen wir noch so lange warten, bis... Na, das ist ernsthaft. Ach, guck mal, da kommt, da ist auch schon direkt der Nächste reingekommen. Wir werden jetzt mal so lange warten, eben, bis andere reinkommen. Ja, könnte, oder? Sollen wir mal eben kurz, was steht denn hier? Achso, A, D, Steer, W. Ja, mal gucken, ob unser Kart jetzt besser ist, weil ich dann am Ende der letzten Folge habe ich es ja aufgewertet. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Aber anscheinend werden hier kaum welche reinkommen, aus welchem Grund auch immer. Na, äh, gehen wir mal raus in die Lobby. Muss ich ja zweimal eingeben, so. So, danke. Gucken wir mal, ob wir hier was Besseres finden. Äh, äh, können wir... Jungle fand ich jetzt nicht so toll. Bin ich ganz ehrlich, da fand ich eher beschissen. Retro? Gehen wir mal in den Retro rein und warten da so lange. Können wir uns schon mal die Gegner angucken? Hier haben wir den... Altulas. Altulas. Dann haben wir den noch hier. Blue Moon Alien. Fluffy Panda Kid. Fünf, ja. Fluffy. Hm. So, hieß mein alter Hase von mir. Radioactive. Oh, Radioakt... Ne, weil ich mit K gesprochen bin, das ist ein Deutscher. Radioaktive. Muss ein Weibliche sein. Sonst würde ich da stehen, radioaktiv wäre. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ah, es rennt, startet. Oh, ich bin ganz vorne. Ich bin ganz vorne. Hallo, hallo. Ich bin ganz vorne. Jawohl. Ich mach dich platt. Ich mach dich platt. Ich mach dich platt. Wo ist mein Kart? Da ist mein Kart. Ihr Wichser, verpisst euch. Ja, ich seh nix. Ah! Fickt euch! Fickt euch, ich seh nix. Oh, ich sah nix. Geht mir alle aus dem Sichtfeld. Mein Name, das ist der F5. Ah! Fuck you! Mario Sound. Oh, jetzt... Nicht schon wir am langen. Nicht schon wir am langen. Nein! Nein! Wenn es lag, kann ich nicht steuern. Geht nicht. Find ich nicht schön. Nein, 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 nein. Hier knallt es erst mal. Wow! Welcher Wichser. Den Wichser, den knöpfe ich mir dann irgendwann vor. Tetra Sound. Wow! Du, 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 du. Du, 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 du. Oh, den will ich treffen, aber... Oh, jetzt? Oh! Hab ich den Wichser getroffen. Eiskalt weggenascht. Eiskalt! Aber trotzdem ist es nochmal ganz... Fahr, ne? Ja. In Zukunft Augen auf Immer beim Autofahren Immer die Augen aufhalten, das ist immer ganz wichtig Also, da muss ich ja mal mit Ausdruck Hier betonen Nicht, dass hier irgendwelche Leute dahinter hier Doof Auto fahren und einfach nur Auf ihre Items immer schauen Feier Haha Hahaha Nein Nicht mit mir Die Banane kannst du hier sonst wo hinschieben Komm, vernünftige Seite Schneebälle Yeah Genau Ich hab die Führung Ey Ha, hab ich ein eiskalt erwischt, ey damit Genau Und ich hab kein Item bekommen Fuck Alter Komm mal klar Meist die Schneebälle woanders sind Aber nicht auf mich Ich weiß, dass du auf mich stehen gehst, weil ich dich gerade abgeschossen hab Was macht der denn da? Findet ihr, der den Weg hier nicht mehr raus oder hat Uiuii Komm Yeah Immer noch in Führung Wohin kommt Ich seh den anderen nicht Das verwirrt mich ein bisschen Oh Schön Münzen sammeln Oh, das ist gut Immer mit Münzen Dann kann ich mir hinter Upgrades kaufen Finde ich Finde ich Musik auch richtig geil gemacht hier Also Es kommt zwar kein richtiges Mario Kart Feeling auf, aber Ähm Teil So ein bisschen kommt es schon auf Also Ah, ist ausgewichen der Wichser Und jetzt hier dazwischen Oh Scheiße, da rein So Guck mal Alter Radioactive ist auf jeden Fall in meine Banane reingefahren Altula Nein Eben nicht Jetzt hab ich wieder die Führung Er kann aber nicht vernünftig fahren Ja, komm Fahr noch ein bisschen Fuck Ich hab ihn verfehlt Fuck, Alter Fuck 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 Er darf nicht gewinnen Nein Scheiße Egal Ich habe gleich immer noch Mein Mushroom Wo ich mir Sieg Zur Not Holen kann Komm, 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 komm Go, 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 go Na gut Hop Schnell die Kamera Umschalten Hop Wo steckt der andere Wo steckt der andere Fuck Fuck Da ist auch das Ziel Boah Weil ich da hingeguckt habe Und den abknallen wollte Habe ich noch Scheiße gebaut am Ende Oh 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 Mein armes Herz Mein armes Herz Gott sei Dank Gott sei Dank Oh Boah Shit, Alter Fuck, Alter Da kriege ich echt am Ende noch Panik Da kriege ich echt am Ende noch Panik ohne Ende Ei, 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 ei Der Meister steht ganz oben Mal kriegen wir Mini Basic Engine Oh Habe ich denn damit Ah Ein bisschen Champagner trinken, ey Hau weg die Scheiße Nach dem Motto So Retro sind gerade gefahren Es fehlt uns nur das andere Der Olympus Gehen wir mal rein Da sind fünf Stück in der Warteschlange Müsste sich gleich füllen Jo Jawohl Wir können gleich endlich fahren Und dann werden wir uns mal die anderen Minispielchen hier auf dem Server angucken Also es wird hin und wieder noch Dann Ich werde mal auf so ein paar Servers dann hin und wieder rumschnüffeln Mal gucken, was die so anbieten Also der Hypixel Server Ist schon echt geil gemacht Was mich auch noch interessiert ist Pixelmon Wo du an Pokémon fangen kannst Was ich sehr, sehr geil finde Und es klingt sehr geil Head Yeah Alles meine Münzen Alles Hey Wollt ihr mir mal einen Typ von der Nase wegschnappen Und ich habe keinen getroffen Scheiße Ach das ist die Strecke Okay ich weiß welche Strecke da ist Okay ich weiß es Ich weiß es Ich weiß es Ich weiß es Aber danke für den Boost Ach komm So einen geilen Boost bekommen Weil mich jemand mit dem Schwerk getroffen hat Und dann wurde ich noch mit der Rakete getroffen Ah Egal 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 Hier für dich Ey Ah ich habe ihn getroffen Wups Da kommt gleich so eine richtig beschissene Stelle Fährt man durch wo Lava ist Oh zumindest Ne Hier soll ich So ein Tunnel ey So beschissen gemacht ne Boah Hier habe ich noch nicht den schnellsten Weg gefunden Da habe ich noch nicht so den Bogen raus Oh hey Happy Birthday Fuck you Ich habe ihn mit der Rakete Verfehlt Und treffe ich gleich jemanden damit Yo Habe ich Aua Und was kriege ich jetzt Mushroom Er hilft mir gleich in der Höhle Ungemein weiter Oh jetzt Oh scheiße nein Jetzt war es eher beschissen Scheiße Wo ist der andere Ich habe keine Ahnung wo der andere ist Dann macht mir Angst Wenn ich nicht weiß wo der ist Da kommt er Da war er gerade Wenn er mich überholen sollte Habe ich immer noch mein Schwert Kann ich ihn immer noch wegbäschen Das hilft mir ungemein Komm 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 Wo ist er Wo ist er Wo ist er Wo ist er Da hinten ist er Okay wir liegen in Führung Wir liegen noch in Führung Der hat anscheinend seine Kart verloren Egal Interessiert mich nicht Woa Woa Aber noch gut durch Kuchen gekommen Links rum Links rum Woa Schnell runter Woa Und wir liegen immer noch in Führung Das ist sehr gut Das ist sehr gut Das ist sehr gut Woa Jetzt haue ich aber hier raus Jetzt haue ich es aber hier raus Woa Und wir liegen noch in Führung Und wir liegen noch in Führung In Führung How to boost Crouch Ja, das kenne ich ja schon Das ist die Mario Kart So, mal gucken Top Overall Gold Trophies 1910 Okay, da muss ich noch ein paar sammeln Damit ich die kriege Was haben wir hier? Monthly Weekly Top Overall Labs Complete 6472 Er muss über 2100 Rennen gefahren sein Also wenn ich noch Ein paar mehr Gold Trophäen sammle Dann stehe ich hier hinter Das wäre eigentlich schon mal ein Anfang Das wäre eigentlich schon mal ein Anfang Hier eigentlich stehen zu können Das machen wir nächste Woche Auf jeden Fall Weil wir haben jetzt schon Samstag Das ist dann zeitlich doch ziemlich knapp Schon bemessen Parkour Parkour What the fuck Hop 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 Jump Habe ich ja schon mal gemacht Oh Geschafft Nein Nein, scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Nochmal, 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 nochmal Das schaffen wir Hopp Hopp Yeah So, jetzt hier drauf So, komm Das schaffen wir doch Werde doch gelacht Wenn nicht, ey Scheiße Fuck, Alter Ach, scheiße Ach, scheiße Da muss ja Jetzt schaffe ich noch niemals den ersten Sprung Hopp Wow Obwohl ich sehe gerade Wir haben fünf Gold Trophies Fünf Gold Trophies Und warte mal Sechs Stück waren da doch Dann müssten wir eigentlich nur die sieben knacken Zwei Rennen also Zwei Rennen Dann stehen wir hier schon drin Machen wir Machen wir Machen wir Machen wir So, gehen wir hier rein Canyon So Wäre doch gelacht Wenn wir nicht zwei Rennen noch gewinnen würden Wäre doch gelacht, ey Schaffen wir Upsala Da bin ich gegen meinen Tisch gekommen Mit dem Stuhl Steady Go Alter, was ist denn bei dem kaputt Der hat's drauf Der driftet ja nur Okay Hier werden wir auf jeden Fall kein Äh Äh Gold der Ring Weil Der hat's einfach drauf Das ist so einer der Wirklich Dieser Oberpros Oh Gott ist Der packt sich eher hier glaube ich gerade durch Oh, was ist denn mit dem kaputt? Nightstalker Äh, ich hab auch schon bessere Rundenzeiten Ein 1-4 Aber, nee, dieser neigt, also dieser Sixth Sensei Der hat den Bogen raus, wie man am schnellsten hier fahren kann Wow, aber da ist ja auch eigentlich ein interessantes Ziel eigentlich, um den Top 10 zu kommen mit den meisten Trophäen Ups, wenn der schriften zu machen, also der ist primer захист ist ein sehr wichtiges Stück für die lebt und die tenhapoke 3-2-3-3-3-3-3-3-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-2-3-3-2-4-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-5-3-3-3-4-3-3-2-3-3-4-3-3-3-3-3-3- noch weit, weit hinter mir. Ach, komm. Ich bin zwei platziert ja immer noch. Alter, der ist... Der ist jetzt schon durchs Ziel. Okay, ich schaff's noch durchs Ziel. So will es jetzt nicht sein. Oder? Oh, könnte eng werden. Könnte eng werden. Ne, das schaff ich nicht, ey. Das Ziel ist zwar hier vorne, das schaff ich aber nicht mehr. Ist einfach viel zu knapp. Ah. Back Turbo Charms Awesome Frame. Ja, bei dem läuft. Oh, ich hasse das. Ich will ja nur noch zwei Gold Trophäen haben. Zwei Stück. Kann ja nicht so schwer sein. Dann haben... Dann stehen wir übrigens auf der Wand. Das ist mein Ziel. Auf der Wand hier zu stehen. Was ist das denn hier? Oh. Ups. So. Äh. Okay. Ihr 3D-Monthly 100-Pixel-Credits vor September arrived. Ah, cool. Äh, hallo? Aufnehmen? Ach. Hat er schon. So, gehen wir hier wieder rein. So. Ein Rennen geht noch und dann ist... Beende ich auch die Aufnahme. Und der Typ ist nicht drin. Noch nicht. Ich hab Angst, dass er hier wieder auftaucht. Oh, wie hat er das gemacht? Und der ist immer noch nicht drin. Und er ist... nicht drin. Sehr schön. Ja. Ja. Sehr schön. Ach nein. Jetzt kommt der nächste, der so fährt. Nein. Bitte nicht. Das sind so wirklich dann die Spielverderber schlechthin, ey. Ohne Scheiß. Sag mir bitte nicht, dass er so fährt. Ne, der fährt normal. Ah, fuck. Fuck. Ne, der... Da, dieser... Chuck Haseb, ey. Der fährt so. Aber er ist nicht sonderlich erfolgreich damit. Jetzt schaltet sich die Minecraft Musik ein. Ah. Okay, jetzt treib ich auf härtere Gegner. Aber wir schaffen das noch. Das ist mein großes Ziel. Für diese Woche. Ah, komm. Ah, Mann. Jetzt werde ich hier ständig gestunnt. Also, der hat es noch nicht so wirklich drauf mit dem Schnellfahren. So wie er es macht. Nein, nicht schon wieder getroffen worden. Nein. Ich will diesen Chuck eher raten, normal zu fahren. So wie er gerade fährt. Weil er ist nicht wirklich erfolgreich. Ich bin nur Vierter. Und die kloppen sich da vorne immer noch. Oh, dieser Chuck hat endlich die Führung übernommen. Oder was? Na, okay. Ich werde nur Vierter. Ich werde nur Vierter. Ich werde Dritter. Ich werde Dritter. Okay. Immerhin Dritter geworden. Geht auch noch. Immerhin. Bin ich trotzdem immer noch zufrieden damit. 10 Sekunden left. Komm, Bandit. Wee. Was kriege ich? Yeah. So. Dann beende ich jetzt wieder die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Mit Turbocard Racers. Wenn wir versuchen die sieben Trophäen zu erlangen. Bis dahin. Tschüss. Peace.